Was machst du denn schon wieder? Hey Gurken-Gerd, alles klar? Und Mädels, wo und Jungs? Heute probieren wir mal eine Runde hier die Gurke extrem aus. Komm her, du Sonne! Da geht doch was! Guck dir die Scheiße an hier, Leute. Was ist hier los hier? Hier kannst du Gas geben. Wir verstrahlen die aus den Chip-Etagen. Versteht ihr das? Versteht ihr die Firma? Die 1a, aber sobald die hier in die Gurke gehen, dann drehen die alle am Kabel! Versteht ihr das? Die setzen sich hier in den Sessel rein. Versteht ihr? Lassen sie die Schraubzwinge auf den Brustwarzen setzen. So bescheuert die. Versteht ihr? Versteht ihr? Da zahlen die doch! Da ziehen die doch einen Bündel aus der Tasche für den Drehkörper. Versteht ihr? Hör mal, guckt alle an hier! Hör mal, ich versuche hier jeden, jeden, versuche ich hier auf mit Tausend an den Arsch! Versteht ihr das? Hör mal, mach ich lieber Naturalgas! Hör mal, versteht ihr? Schlimmes Natural... Naturalmuschigas! Hör mal, schieb ich lieber Natural! Ist doch richtig schön! In der feuchten Ebene! Versteht ihr das? Hör mal, da geht was! Hör mal, mach ich doch nicht hier den Doofmann hier! Auf Lack und Leder, oder was? Hat einen Vorteil! Da braucht er nicht den Gesichtskatalysator aufsetzen! Da steht ja nicht so viel Feinstaub! Bei dem ganzen Latexdreck! Knallgas! Ja! 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 Ja!